It's such a shame, it's such a shame. Boah, man muss sich richtig konzentrieren. Diamonds and Pearls, wieder mal Geburtstag. Magst du mir als allererstes mal deine zwei Adlips geben? Woran musst du denken, wenn ich dir das Wort Bankomat entgegenwerfe? Das Wort Bankomat erinnert mich an meine ersten Steps in der Branche. An ein ganz kleines Mädchen, was tatsächlich noch überhaupt nicht wusste, was danach kommt. Aber auch schon relativ schnell viel Ernst. Erinnerst du dich noch an den Text und könntest du mal anstimmen? Klar, ich kann die ganze Choreo. Mach mal. Wieder mal Geburtstag. Jeder sagt, es gibt nichts, was du nicht schon hast. Doch ich wüsste eines, was ins Kinderzimmer perfekt zu mir passt. Was war denn dein persönlich größter oder liebster TV-Moment deiner Karriere bisher? Also ich glaube, dass es gibt keinen Moment, der über das Finale unserer Show damals ging. In dem Moment denkst du einfach nicht daran, dass du gewinnst. Ich habe gelesen, dass Beyoncé mal dein Idol war oder zumindest eine sehr große Inspiration. Was ist dein Lieblingssong von ihr? Also es gibt so viele Sachen da draußen, die ich angeblich gesagt habe, die nicht stimmen. Aber zur Verteidigung, ich liebe Destiny's Child. Gib mir einen, den du auch gerne mal auf Autotune hören würdest. Ich muss sagen, ich mag gerne Soldier. Den mag ich gerne. Ich mag Cater to You. Ich glaube, auf Autotune Lose My Breath. Oh, Girl mag ich auch. I'm your girl. I'm your girl. Don't you know that we love you? Als großer Monroes-Fan habe ich die Frage an dich, warum ist keiner eurer Hits auf Spotify oder sonst irgendwas? I don't know. Spotify? Was war denn dein Lieblingssong? Tatsächlich Diamonds and Pearls. No way. Du bist ein richtiger Fan. Sag ich doch. Oh mein Gott. Ich bin noch nicht von vorgestern. Diamonds and Pearls. Girls are good and dead and dead. Um das Monroes-Kapitel jetzt mal abzuschließen und auch die Fans da draußen so ein bisschen nicht in der Luft schweben zu lassen, möchtest du einmal Shame anstimmen? It's such a shame, it's such a shame. Don't walk away, don't walk away. Vor zwei Jahren hattest du einen Hit mit Lasito und zwar Si Es Amor. Magst du den auch mal anstimmen? Oh, es ist crazy, wenn man diese Stimme im Kopf hat und dann den Song davor. Si es amor, es amor, es amor, es amor. Mittlerweile ist ja Rap auch komplett im Mainstream angekommen. Deswegen habe ich ja dann auch gewechselt mit meinem Album jetzt. Ach, auf Deutsch deswegen? Ja, also wird ja ein Rap-Album. Nein. Ich hätte es jetzt geglaubt, ich habe es noch nicht gehört. Man weiß ja nicht mehr heutzutage. Heutzutage kann alles passieren. Aber meine Frage diesbezüglich wäre, was hörst du denn für Rapper oder hörst du überhaupt Rap-Musik? Ich höre nicht zu viel, wenn ich es höre, höre ich es gern. Ich mag gerade die Nummer mit Juju und ich muss sagen, ich mag Apache gern, weil wir sind beide aus Mannheim. So, Mannheim. Du hast ja beim Aladin-Musical mitgespielt und durftest da die Jasmin darstellen. Möchtest du einen Song aus dem Musical uns darbieten? In deiner Welt gibt es unendlich viel zu sehen. Ich bin so sonnenklar. Jetzt stell dir vor, ich bin der Genie und ich könnte drei Wünsche erfüllen. Welche drei Wünsche hättest du? Ich würde gerne einen Wunsch an das Unsichtbarsein vergeben. Dass ich auf jeden Fall so lange lebe wie meine Eltern. Beziehungsweise, dass sie so lang leben wie ich. Ach und dass ich, wenn ich älter bin, auf mein Leben zurückblicken kann und sagen kann, ich habe gelebt. Was ist eigentlich dein Lieblingsfilm von Disney? Ich glaube, ich muss sagen, Cinderella. Mein Onkel, der hatte ein Disney-Zimmer. Der hatte einen Raum mit Videokassetten, nur Disney. Und ich wollte immer nur diesen Cinderella-Film sehen. Und dann irgendwann war dieser Moment. Und dann als kleines Mädchen natürlich träumst du. Wie kommt es, dass du jetzt auf Deutsch singst? Das wüsste ich auch gerne. Ich hatte einfach immer ein sehr großes Problem damit, um ganz ehrlich zu sein. Ich habe mir unheimlich schwer getan, weil ich mit englischer Musik groß geworden bin. Und ich das mag. Und dann irgendwann habe ich richtig gemerkt, okay, ich muss mal komplett mich von dem Englischen lösen. Weil eigentlich, was hier gerade passiert, findest du total gut. Man versteht dich nämlich. Und dann habe ich mir ein bisschen schwer getan, Deutsch zu singen, weil ich mich angehört habe wie eine Holländerin. Ja, es war wirklich so, canst du mal the ruby common? Und ich habe, what? Was ist das? Weil aber mein Mund so auf Englisch getrimmt war, wirklich, also mein ganzes Leben lang. Und plötzlich, das war wirklich ins Studio gegangen. Und alles war irgendwie so nochmal so, hä? Habt ihr das auch gerade gehört? Es war irgendwie anders gerade, oder? Und dann kam alles, und dann war ich ab dem Tag, also nicht eine Sekunde, dass ich nur einmal mich irgendwie komisch gefühlt hatte oder so. Das war es eigentlich schon. Ja? Vielen lieben Dank. Oh, danke schön. Jetzt kannst du gerne, wenn du noch irgendwas singen wollen würdest, irgendwas, was dir gerade in den Kopf kommt. Jetzt ist dir Moment. Es sind nur 13 Schritte, 13 zu viel, von der Tür zu deinem Bett. Ich verliere mich hier komplett, es sind nur 13 Schritte, 13 zu viel, nö, 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 yeah. Hi ihr Lieben, hier ist Mernika Brüste und das war mein persönliches Autotune-Interview. Abonniert den Kanal. Ciao.